Was macht eigentlich ein Mantler vor der Besichtigung oder beziehungsweise wenn er auf den Kunden wappelt? Ja, erste Besichtigung heute im Schuhe 2, ja, man geht nochmal das Exposé durch, guckt nochmal die Kerndaten durch, damit man aussagekräftig ist und damit man, ja, dann auch ein gutes Gefühl vermitteln kann vor Ort. Darüber hinaus begeht man nochmal die Immobilie, guckt nochmal in alle Räume, ist dann alles auch in Ordnung und lüftet vielleicht gegebenenfalls nochmal durch und guckt, ob irgendwo Fragen auftauchen können, die man, ja, beantworten müsste und dürfte. Genau, Licht schaltet man ein, damit man eine gute Belichtung hat und dann freut man sich auf die Besichtigung und hofft natürlich auf den Abschluss und so sieht es aus vor der Besichtigung und wie es danach aussieht, wissen wir danach. Mehr dazu, wie wir arbeiten, zu allen Themen rund um die Immobilie unter www.zuschke-immu.com